Pneumatik hat eine Pumpe. Braucht man mehrere Lego-Sets. Flugzeug, jetzt geht's in die Luft, liebe Freunde der Blasmusik. Von diesem Verteilerstein gehen zwei Leitungen zum Kippschalter. Mit Motor eingebaute Seilbahn. Aber Hallo! Ich glaube, ich erzähle gerade Stufe. Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn! Hallo, Halli! Ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz. Euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen Neu-Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbstpersönlich gekauften YouTube-Videotisch. Im Saal Klassik. Der seitlich Kindergarten, das seit Muttertag im Normalbetrieb ist. Als Museum für Flipper-Automaten und Lego-Sets in Neu-Lenkbach. Wir freuen uns. Wir haben geöffnet jeden Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Zumindest von Palmsonntag bis Oktober. Kommt doch mal vorbei. Ja, und ich habe euch etwas mitgebracht. Ja, und da werdet ihr schauen. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe es fokussiert, ist ein flacher Zauberwürfel. Ja, keine Ahnung. Ich habe nie verstanden, wie diese Zauberwürfel, diese Rubik-Würfel funktionieren. Mein Sohn ist ein Experte und das ist die flache Version. Patents Bending Gripple M-Squared Made in China. Das Ding ist nicht ganz so alt wie ich, aber ziemlich alt. Ich habe euch noch etwas mitgebracht von der Firma Lego. Ja, ihr werdet Augen machen. Richtig, es geht um ein Büchlein. Und zwar um die wunderbare 88, 89. Ein Technik-Ideen-Buch. Da brauche ich aber sofort meine zukünftigen Zukunftsaugen in Form von Brillen. Moment, ich muss einen Schluck trinken. Aus den Messbechern schmeckt alles besser. Neu-Lenkbacher Hochquellwasser. Ja, wunderbar. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich muss euch da kurz informieren. Die Werbung ist jetzt hier, weil hier die Leiter anders ist, weil ja das Kindergarten jetzt offen hat. Also, gestern war der erste offizielle Öffnungstag seitlich Kindergarten. Ja, und deshalb gibt es da eine Wand, die kann man jetzt hier montieren, damit die Gäste da nicht auf meinen YouTube-Visiotisch hüpfen. Und die Leiter ist herübergekommen. Die Lego-Paneele habe ich jetzt entfernt. Da habe ich mir gedacht, seht ihr da hinten diesen Bogen? Das ist unser Zugrubbing. Ja! Habe ich mir gedacht, den kann man doch so im Hintergrund ein bisschen durchschimmern sehen. Das ist doch legitim. Und vielleicht kann man da hinten einmal irgendwas Tolles sehen. Ich habe die Wand allerdings noch im Säck. Also, wer weiß. Schreibt es mal drunter. Soll ich das lassen? Soll ich da wieder zumachen? Soll wieder dieses Lego-Panel her? Muss ich überhaupt das Studio wechseln? Ich freue mich auf eure Kommentare. Konzentrieren uns mal, worum es geht. Es geht um das wunderbare Technik-Ideen-Buch. Das Buch ist 1984 auf die Marke gekommen und damit auch im Katalog gewesen. Und es ist eine helle Freude. Ich sage es euch. Dieses Buch ist das beste Buch von uns überhaupt. Wir kennen ja schon die 888. Und jetzt geht es weiter mit der 888. Ehrter Sparschwein! Ja! Das hat meine liebe Cousine die Annie einmal gemacht. Das ist das eitle Sparschwein. Für alle, die treue Zuseher sind. Die kennen es schon. Und für alle, die es noch nicht kennen. Kommt her, schaut es euch in Natur an und werft es rein. Bitte keine Knöpfe! Aber vielleicht Pläts? Legen Pläts oder so. Ja. Zurück zum Thema. Wir haben ein wunderbares Ideas-Book. Ich mache jetzt dieses Video später als diese Videos, die ihr bis jetzt gesehen habt in den letzten Tagen, Wochen. Und auch die folgenden drei Videos sind schon älter als das, das ihr heute seht. Das liegt daran, dass ich dieses Buch, also ich arbeite chronologisch durch meine Inventarliste. Ihr wisst, ich zeige euch alle Lego Technik-Sets, alle Lego Zug-Sets von Anfang an. Am Ende dieses Video gibt es dann die Schaltfläche nach zurück und nach vorne, wo ihr zum vorherigen Video springen könnt, wo praktisch in der Chronologie das vorhergehende war. Oder auf das nachfolgende Video, wo es das nächste gibt. Eh klar! Wenn ihr auf Abonnieren klickt, dann wisst ihr sowieso alles. Wenn ihr die Glocke auch noch anklickt, dann ist sowieso Katastrophe am Dampfen. Ja, und nachdem ich das chronologisch mache, dieses Buch aber nicht da war. Ich habe das nur ausgedruckt, habe ich das jetzt kurzfristig bei einem Kollegen in Deutschland bestellt, habe das bekommen und jetzt produziere ich dieses Video nach und reiße dann vor. Ja, also wenn ihr das genauer wissen wollt, reden wir mal in Ruhe drüber. So, wir haben ein Technik-Ideen-Buch, der Gedanke der Firma Lego ist. Wir verkaufen jetzt ein Buch mit Lego-Ideen. Ihr kauft euch alle Sets, die ihr bautet, damit ihr es nachbauen könnt. Also, um ein bestimmtes Modell, das in diesem Buch ist, zu bauen, braucht man mehrere Lego-Sets, die zu der Zeit, wie dieses Buch auf den Markt gekommen ist, am Markt haben. Als erstes möchte ich mal anmerken, dass das so eine richtig, richtig dicke Umschlagsseite ist. Also, da reden wir jetzt von 200 bis 250 bis 300 Gramm. Ui, und da ist viel zu lesen. Sollen wir uns? Ja. Und zwar mehrsprachig. Das freut mich schon mal. Ich werde mal die... Meine Nase juckt, ihr verzeiht's. Ach, ist das schlimm. Alles juckt heute. Alles neu, alles anders. Das Lego-Technik-Programm bietet eine Fülle von Möglichkeiten. Jeder Kasten enthält Bauanleitungen für verschiedene Modelle, die du mit dem Inhalt des Kastens bauen kannst. Dieses Buch nun hält viele Anregungen und Ideen für spannende Modelle bereit, die man aus zwei oder mehr Technik-Kästen bauen kann. Vielleicht bist du nicht immer in der Lage, die Modelle genau so zu bauen, wie sie hier abgebildet sind. Das ist jedoch kein Grund aufzugeben. Mit Hilfe deiner Fantasie kannst du die Modelle leicht verändert bauen oder eben in anderen Farben. Je nachdem, welche Elemente du besitzt. Ich möchte sagen, dass hier das Wort Fantasie mit F geschrieben ist. Also sehr modern. Dasselbe gibt's dann in verschiedenen Sprachen. Dann haben wir einen netten Kollegen mit moderner Blond-Frisur, der vor einem wunderbaren Modell sitzt. Also alleine ist es schon wert, das Buch zu kaufen. Und eine sehr spannende Erklärung, die uns hier demonstriert, dass ein fotografierter Technik-Stein einem gezeichneten Technik-Stein entspricht. Also ich weiß nicht, ob man es bis hierher schaffen würde, wenn man das nicht schon wüsste. Oh, da geht's aber in allen Farben des Regenbogens los, noch ohne Anleitung. Das schaut sehr nach einer Autofertigungsstraße aus. Ist das eine Autofertigung? Eine Fließbahnstraße, in der die Autos an den Haken hängen und gefertigen. Also das ist ja mal nett. Haben Sie wahrscheinlich bei Delorean abgeguckt damals. Wir blättern und bekommen eine Aufbauanleitung für offensichtlich ein Rennauto. Oder ein Auto, zumindest ein Auto. Wir bauen hier aus Technik-Prixen und verschiedenen Platten. Natürlich, wenn du mehrere Technik-Kästen der 80er vermischst, da hast du einen knallgelben, da hast du einen roten und da hast du einen dunkelblauen. Das sind die Technik-Farben, die damals am Markt waren. Und die sind natürlich jetzt in diesem Buch vermischt. Schwarz gibt es natürlich auch. Wir bauen fleißig einen Motor mit Zylinder. Wir bauen weiter und weiter und siehe da, aus dem gezeichneten Technik-Modell WUSCH! Wird ein echtes gebautes Modell. Ich bin von und zu überhaupt begeistert. Wer hätte das gedacht, dass das möglich ist? Ich brauche hier noch eine Bremse. Wir werden uns da eine Bremse montieren, dass ich da schön umblättern kann. Blättern wir weiter. Das Buch ist übrigens im A4-Format. Sollen wir es vermessen? Nein, A4. Ihr glaubt mir das, ja. Hier sieht man dann einen kleinen Buggy mit Motorrad am Anhänger. und das Motorrad entspricht ja fast dem wunderbaren 1284er Set, das ich euch schon gezeigt habe. Ja, die einfachen Dinge sind das Schönste im Leben. Und hier dieser Strandpacki. Wie ein Traktor. Naja. Ihr bildet euch eure Meinung. Und hier haben wir dann mit Motor, mit 4,5 Volt Motor. Also da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende. Was haben wir denn hier? Einen schönen Kastenwagen. Ich kann mich erinnern, ein Bekannter meines Vaters hatte so einen Volvo Kastenwagen mit Allradantrieb. Allerdings nur 82, nicht 380. Der ist über Berge gefahren senkrecht nach oben. Also unglaublich, was das Fahrzeug gemacht hat. Ihr habt mir nicht gemerkt, wie es heißt. Vielleicht reiche ich euch das mal nach. Also hier wird fleißig gebaut. Dieser wunderbare Wagen mit Zwillingsbereifung. Und ebenso einer Motorisierung. Was haben wir denn hier? Na jetzt ist klar. Jetzt kommt der Abschleppwagen. Denn wenn der andere umschmeißt, müssen wir ihn irgendwie abschleppen. Ich finde dieses Design dieses Buches so toll. Mit diesem Millimeter technischen Zeichenpapier Hintergrund. Also mir gefällt das bis heute. Ich habe das als Kind schon geliebt und ich finde es bis heute toll. Und natürlich Vollgummräder. Wir sind ja in den 80er noch. Nicht diese Mikrolufträder. Ja, hier bauen wir also diesen wunderschönen Abschleppwagen. Keine technischen Höchstleistungen, versteht sich Konzept. Und hier geht es weiter mit Haken vorne, hinten Lenkung und Kurbel und von und zu überhaupt. Wunderbar. Jetzt haben wir diesen wunderbaren 3-8er. Schaut aus wie eine Ameise. Hat eine Ameise sechs Beine? Ich weiß das nicht. Oder acht? Sechs oder? Waren das nicht die Spinnen mit acht? Ich bin ein Naturexperte. Ihr kennt es euch aus. Und hier haben wir schon ein schönes Modell mit unterschiedlich stark lenkenden Achsen. Das ist ja schon mal toll. Wobei ich gerade ein bisschen irritiert bin. Nein, die hinterste Achse ist starr und die vorderen Lenken. Und mit Motor. Und Schmutz, ihr habt das gesehen. Hat keiner abgestaubt hier. Ja, das ist logischerweise eine etwas längere Bauanleitung. Immerhin ist das ein riesen Modell. Das Spannende ist, sie schreiben nicht dazu, welche Sets man braucht, um das zu bauen. Also die Philosophie ist, du musst dir alle Sets kaufen von Lego. Dann kannst du mit diesem Buch nachbauen. So funktioniert das. Wunderbar. Wo waren die wieder? 20x30, Alter. Ah, hier haben wir einen extrem langen Sattelaufleger. Spannend, spannend. Mit höhenverstellbaren Heckachsen. Ach, mit der Hebevorrichtung, um die letzte Achse hochzuheben, wenn man auf der Autobahn ohne Last fährt. Sehr schön. Und einen V-Motor mit 4 Zylindern. So stellen wir uns das vor. Das Buch ist übrigens ziemlich dick. Wir sind schon auf der Seite 43 und es geht bis 115. Wow! Blau. Ein Kran darf nie fehlen. Es gibt kein Lego ohne Kran. Wobei es kein Kran ist. Was ist das? Lassen wir uns überraschen. Schauen wir weiter. Ein Kran. Und hier haben wir die motorisierte Ausführung in blau gehalten. In der Farbe Blau. So. Kräne. Also irgendwie. Ich habe vor kurzem mal diesen 42009 gebaut. Ich habe diesen geländegängigen Schwerlastgang gebaut. Ich kann im Moment mit Kränen nicht so. Verzeih. Die Pneumatik. Das trifft sich gut, dass wir hier die Pneumatik haben. Denn hier können wir uns das genau anschauen, wie das funktioniert. Pneumatik hat eine Pumpe. Die könnt ihr vergleichen mit einem Blasbalk vom Schlauchbumpen. Mein Vater hatte noch wirklich solche Luftpumpen, wo man dann so als Ganzkörper gepumpt hat. Und viele haben ja diese Blasbalken für den Fuß. Diese Luftpumpe versorgt einen intelligenten Verteilerstein. Mit drei Anschlüssen wird mittig angeschlossen. Von diesem Verteilerstein gehen zwei Leitungen zum Kippschalter. Das ist besonders spannend. Wenn man nämlich nun den Kippschalter in die eine Richtung dreht und pumpt, entsteht Druck in der Zuleitung und der Stempel fährt aus. Schaltet man jetzt den Hebel um in die andere Richtung und man pumpt und bedenkt, wenn man pumpt, entsteht Druck. Dann modelt dieser intelligente Stein das auf Unterdruck um und er saugt den Stempel wieder ein. Das entspricht nicht einer Hydraulik. Lego hat es aber so gelöst. Das heißt, die Original Pneumatik Stempel haben nur einen Anschluss, in den gedrückt und gesogen wird. Sehr spannend. Hier ist das Ganze aufgezeichnet. Die Luft geht in verschiedene Richtungen. Ja, so ist das. Und ich glaube, ich erzähle gerade Stoß. Das schaut ernsthaft so aus, als ob dieser Stempel Unterdruck erzeugt. Das heißt, er saugt auch. Und der Stein... Wow, ist das kompliziert. Ich glaube, ich habe euch gerade Stoß erzählt. Nach diesen Skizzen erzeugt die Feder den Unterdruck und er saugt wirklich. Und dieser Luxusstein lässt nur die Restluft verschwinden. Wow, ist das kompliziert. Später wurde das dann geändert. Das werden wir irgendwann in einem Folgevideo mal sehen. Ja, und wenn man das richtig zusammenschließt, dann kann man damit ganz schön viel bewegen. Das seht, beziehungsweise seht ihr auf diesem Kanal. Ich weiß jetzt nicht, ob das kommt oder schon war. Kipp-Lastwang. Ich glaube, es kommt noch. Es kommt. Die nächsten Tage. Ja, das gibt es dann in der größeren Ausführung natürlich zum Riesen-LKW. Schiff. Und? Dann gibt es Rennauto. Das ist ein Rennwagen. Kein hübscher, aber ein Rennwagen. Mit Pneumatik. Kein Rennwagen. Ich glaube, ich erzähle heute ziemlich viel Stoß. Vielleicht solltet ihr den Ton abschalten. Hört euch eine schöne Musik an. Und schaut euch nur die Bilder an. Mach mal so. Ist ja viel besser. Das sogar mit Rufzeichen. Ich werde jetzt nicht mehr über Pneumatik reden. Das ist mir viel zu gefährlich. Dann rede ich noch mehr Stoß. Dann kriege ich noch mehr Bashings und alle schimpfen über mich und sagen, Baulieber Kobe, das verstehst du vielleicht. Oder Bluprixlachs. Ich weiß, was ich meine. So. Pneumatik dann noch immer. Es hört nicht auf. Pneumatik war eine wirklich große Sache. Das war die große Aufregung in der Technikwelt seiner Zeit. Heute gibt es davon leider nicht mehr so viel. Tja. Große Modelle, viele Seiten. Aber ihr seht, selbst hier sind die Bauschritte. So ein riesen Fahrzeug mit vier Seiten. Das könnt ihr euch heute napsen. Jetzt geht es an die Zahnräder. Zahnstangen und Zahnrädersysteme. Hui. Legt mal heute einen Maturanten so eine Anleitung hin. Hui. Das wird schwierig. Da wird es eng. Ich baue gerade ein paar Lego-Sets der jüngeren Generation. Ich habe im Museum jetzt alles bis 2002 stehen. Und baue gerade die Teile, die da sind. So Risa 2008, 2009, 10 bis 2015. Da ist wirklich zwei Teile pro Seite. Das kannst du im Halbschlaf neben dem Frühstück beim Filmschauen machen. Da musst du bei der Sache sein, sonst hast du keine Chance. Das waren noch die harten Jahre. Aber die harten Jahre sind vorbei. Also dann haben wir einen wunderschönen Knicklenker. Flugzeug. Jetzt geht es in die Luft, liebe Freunde der Planers Musik. Bei Flugzeugen, da erzähle ich euch auch demnächst was, wenn das gelbe Amphibienflugzeug, nicht Amphibienflugzeug. Das Flugzeug, das am Wasser landet. Wie heißen die Dinger? Mit Rädern und Wasser. Das hat mich geärgert in der Vitrine. Da erzähle ich euch nur Sachen. So, mit Motor. Da geht der Wind ab. Ein Paragreiter. Ein Windsegler. Was ist das? Eine Seilbahn. Eine selbstfahrende, mit Motor eingebaute Seilbahn. Aber hallo! Das will ich bauen. Da wickelt man schon mal das Kabel rum, damit nicht so viel rumhängt. Baut man ein schönes Getriebe und verhakt dann das Seil dermaßen, dass man auf einem freihängenden Seil herumfahren kann. Also, das ist ja eine Chlorreiche. Da hätten wir gerne so ein Set. Eine Chlor ist ein richtiges Seilbahnset. So. 20 Meter freihängen. Das wäre was. Das wäre ein Spaß. Vielleicht machen wir das im Hof vom Kindergarten. Was meint ihr? Hängen wir ein Stahlseil und fahren mit der Lego Seilbahn drüber. Das ist ein Handy. Da habe ich ja. Vielleicht sollte ich das Buch mal nicht in die Vitrine geben. Gut. Weiter geht's. Was wird das? Habe ich nicht aufgepasst. Was ist das? Eine Schaukel oder so? Eine Brückenkonstruktion. Das ist natürlich ein bisschen eine linke. Denn wenn du die Technikstangen so verbaut, dann klappt das alles auseinander. Oben funktioniert das. Auf Druck. Aber auf Zug. Ah ah. Das ist eine Tiere. Da müssen wir ganz ehrlich sein. hier eine Fußgängerbrücke. Oh. Das war's. Jetzt sah es aber ruckartig aus. Was steht denn da noch Hübsches drauf? Hübsches drauf. Made by Lego Systems. AS Denmark. 1984. Lego Group. Printed in Germany. Bei Müllmeister und Jola Hamburg. Tja. Kurz und bündig. Jetzt bin ich etwas überrascht, dass das so abrupt zu Ende ist. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich erzähle euch was Hübsches. So ein schönes Buch. Also wirklich, da hast du es in der Hand. Finde ich gut, das Buch. Und ich finde es auch gut, dass es dieses Format hat. Und ich finde es besonders gut, dass es nicht zehnmal so hin und her gedreht wird. Oder gar so umgedreht wird, wie die aktuellen Bauanleitungen. Ja. Es ist eine schöne Zeit. Wir haben heute perfektes Wetter gehabt. Ich nehme mal die Brille runter, dass es nicht so spiegelt. Ich nehme wahr, dass ich wohl der erfolgloseste YouTuber von und zu überhaupt bin. Mit diesem Kanal. Ich sehe da so immer wieder aufpoppen deutsche KollegInnen hauptsächlich. die so ein, zwei Monate lang Videos machen und bereits hunderte Abonnenten haben. Und ich tue jetzt seit zweieinhalb Jahren rum und habe gerade mal 100. Was mache ich denn falsch? Bin ich zu konfus? Bin ich zu verrückt? Erzählen Sie mir es mal. Ich möchte es besser machen. Ich würde mich gerne weiterentwickeln, wenn ihr mir dabei helft. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Ansonsten hoffe ich, dass ihr eine gute Zeit habt. Ich hoffe, ihr baut etwas, was euch Spaß macht. Ich habe heute zum Beispiel das Westers Windrad aufgebaut. Und ich bin ausgesprochen irritiert, wie groß das Ding ist. Das ist so hoch. Und die Tatsache, dass es so hoch ist, gewährleistet, dass ich es nicht in die Vitrine bekomme. Jetzt hätte ich zwar da drüben Vitrinen, in die ich etwas so hohes reinbauen könnte. Da sind aber jetzt schon die ganzen großen Technik-Sets drinnen, wie die Boeing Bell und diese Riesenhubschrauber. Jetzt kann ich nicht die Westers Turbine da reinstellen. Ich bin etwas überfordert. Ich bin schon gespannt, was ich da mache. Vielleicht habt ihr Sinn. Wo stellt ihr das hin? Wenn ihr so ein Windrad baut, wo stellt ihr das hin? Ohne Vitrine ist es für mich keine Option. Denn da ist es innerhalb von zwei Monaten so staubig, dass man es nicht mehr anschauen möchte. Das gehört in den Glassturz oder was auch immer drüber. Bei mir ist gerade die Monorail nur so halb unter Glas und das ist Horror. Ich glaube, die kann ich wieder abbauen und neu bauen, so wie die ausschaut. Also bitte, ich bitte um Info, wie ich diese Staubproblematik lösen kann. Und bitte keine Infos wie, ja du kannst das mit dem Staubsauger. Nö. Ich habe gestern 320 Vitrinen abgestaubt. Und ich rede hier von Glasvitrinen, die plan sind. Wo man einmal drüber wischt und sie sind sauber. Ich rede nicht von Noppenplatten, wo man um jede Noppe herum mit dem Pinsel und mit den Reinigungsmitteln und guten Willen und Pusten arbeiten muss. Und ich habe dafür zweieinhalb Stunden gebraucht. Ich fange jetzt sicher nicht an Legosets zu entstauben. Also das muss schon so verwahrt sein, dass es staubsicher aufbewahrt ist. Ich freue mich über alle Tipps, die ihr für mich habt. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick. Vielleicht muss man einen goldenen Hamster neben einem grünen Papagei neben das Legoset setzen, damit der Staub sich so abgelenkt fühlt, dass er auf die Tiere beppt und nicht mehr am Windrad klebt. Ich freue mich über alle Informationen, ich freue mich über alle Tipps. In diesem Sinne, die Hausübung finde heraus, wann das erste Legoset veröffentlicht wurde. Ja, das ist mal eine gute Frage. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp, es hatte keine Räder. Es steht hier eineinhalb Meter Luftlinie von mir entfernt in einer Vitrine. Wenn ihr es nicht wisst, kommt vorbei, ich zeige es euch. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier im Eitlen Kindergraben. lol INTERGRAAM